Musik Frühlingshafte Grüße und herzlich Willkommen auf meinem Kanal All About Life. Ich bin Nadine und ich möchte dir heute wieder eine neue Häkelanleitung zeigen. Und zwar diese kleinen Hasen. Um diese Hasen zu häkeln, benötigst du in erster Linie buntes Garn. Ich habe hier kleine Knäule mit lediglich 25 Gramm und 62 Metern Lauflänge. Du kannst aber auch gerne die größeren Knäule nehmen mit 50 Gramm und 125 Metern Lauflänge. Dann benötigst du dickeres Garn und zwar 50 Gramm und 150 Metern Lauflänge in verschiedenen Brauntönen, je nach deinem Geschmack. Dann natürlich eine Schere und eine Häkelnadel in dreier Stärke. Und wenn du magst, solche Sicherheitsaugen und Sicherheitsnasen, die du dann am Hasen befestigen kannst. Selbstverständlich kann man das auch mit einem Faden erledigen oder einem kleinen Picot als Auge. Aber ich habe mich jetzt mal für solche kleinen Sicherheitsaugen und Sicherheitsnasen entschieden. Als allererstes benötigt ihr den braunen Faden. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie der Kopf gehekelt wird. Dazu bildet ihr eine Lasche und arbeitet dann vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei und vier. Du überschlägst den Faden, stichst in die erste Lasche, die sich gebildet hat, holst dir den Faden und arbeitest ein ganzes Stäbchen. Holst dir wieder den Faden, überschlägst, stichst wieder in die erste Masche ein und arbeitest ein ganzes Stäbchen. Und wir arbeiten jetzt einmal rundherum, sodass wir auf zwölf ganze Stäbchen kommen, inklusive unserem Ersatzstäbchen hier am Anfang. Und nun arbeiten wir eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, die wir hier gearbeitet haben. Fertig ist schon die erste Runde. Nun arbeiten wir drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Überschlagen den Faden und arbeiten hier ein ganzes Stäbchen hinein. Gehen in die nächste der Maschen, überschlagen den Faden und arbeiten zwei ganze Stäbchen in diese Masche hinein. Das ist das zweite Stäbchen. Überschlagen dann wieder, gehen in die nächste Masche und arbeiten zwei ganze Stäbchen hinein. Und so arbeiten wir uns rundherum, bis wir auf 24 ganze Stäbchen gekommen sind. Ich arbeite jetzt das 23. und 24 ganze Stäbchen in die letzte Lücke hinein und schließe dann den Kreis, indem ich in die dritte der Luftmaschen einsteche, die wir eingangs gearbeitet haben, und eine Kettmasche arbeite. Von hier aus beginnen wir nun gleich, das erste Ohr zu arbeiten. Dafür benötigen wir 15 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. Dann stechen wir mit der Nadel hier vorne in die erste Masche ein und einmal nochmal nach hinten weg, holen uns den Faden, ziehen ihn nach vorne durch und arbeiten eine Kettmasche. Gehen dann in die nächste Lücke, holen uns den Faden, arbeiten wieder eine Kettmasche, gehen in die nächste Lücke und arbeiten erneut eine Kettmasche. Und von da aus arbeiten wir das zweite Ohr. Wieder 15 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. Dann stechen wir wieder hier vorne in die Masche ein, gehen in die hintere Masche, holen uns den Faden, ziehen den Faden nach vorne durch, auch durch die letzte der Luftmaschen und können dann den Faden langziehen, um ihn dann abzuschneiden. Denn der Kopf ist nun fertig. Den Faden, den wir jetzt hier vorne haben, diesen ziehen wir uns einfach hier nach hinten weg. Diesen benötigen wir dann noch für später zum Vernähen. So, das ist das Köpfchen. Nun ist das Kleidchen an der Reihe. Ich habe mich jetzt für diese Farbe entschieden und damit beginnen wir jetzt. Dafür arbeiten wir wieder eine Lasche und arbeiten vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei und vier. Überschlagen den Faden und gehen in die erste Masche, um uns den Faden zu holen und ein ganzes Stäbchen zu arbeiten. Dann überschlagen wir wieder und stechen hier vorne ein, holen uns den Faden und arbeiten ein ganzes Stäbchen. Es werden nun zwei Luftmaschen gearbeitet, eins und zwei. Wir überschlagen wieder den Faden, stechen hier vorne in die erste der Luftmaschen ein, holen uns den Faden und arbeiten ein Stäbchen. Wieder ein ganzes Stäbchen arbeiten und noch einmal in diese Lücke ein ganzes Stäbchen. Wir wiederholen jetzt, indem wir zwei Luftmaschen arbeiten, eins und zwei, überschlagen den Faden und es wird erneut hier in die Mitte gearbeitet. Und zwar ein ganzes Stäbchen, ein weiteres ganzes Stäbchen und zu guter Letzt noch einmal eins, zwei Luftmaschen, eins und zwei. Und nun stechen wir hier in die, ja, im Prinzip ja vierte der Luftmaschen ein. Die erste haben wir als Mittelmasche genutzt und nun sind noch drei übrig und die oberste nähen wir, um dort die Kettmasche hineinzuarbeiten. Dann ziehen wir einfach den Faden lang und schneiden ihn ab. Diesen Faden können wir dann gleich vernähen oder einhäkeln, so dass er uns nicht mehr stört. Ich ziehe mir jetzt nach hinten weg, damit ich mit der nächsten Farbe weiterarbeiten kann. Nachdem die erste Runde beendet ist, habe ich mich für einen leichten Beige-Ton entschieden. Wir gehen einfach in eine der großen entstandenen Lücken, holen uns dort den Faden, nutzen die entstandene Lasche und arbeiten drei Luftmaschen, eins, zwei und drei. Überschlagen den Faden, den Anfangsfaden legen wir uns auf die linke Seite und können diesen gleich mit einhäkeln, indem wir uns den anderen Faden hindurch holen und ein ganzes Stäbchen arbeiten. Überschlagen wieder und arbeiten erneut ein ganzes Stäbchen, so dass wir schon die ersten drei ganzen Stäbchen gearbeitet haben und nun zwei Luftmaschen folgen, der Faden wieder überschlagen wird, in denselben Zwischenraum stechen wir nun ein, holen uns den Faden und arbeiten erneut drei ganze Stäbchen in diesen Zwischenraum. Dann folgen zwei Luftmaschen, eins und zwei. Wir überschlagen den Faden und springen dann in den nächsten großen Zwischenraum, holen uns den Faden und arbeiten auch hier erst drei ganze Stäbchen. Zwei und drei, dann folgen die zwei Luftmaschen und wir überschlagen wieder und arbeiten in denselben Zwischenraum drei weitere ganze Stäbchen. Und auch so arbeiten wir uns dann bis zum Ende entlang. Als Zwischenraum kommen immer die zwei Luftmaschen. Wir überschlagen, stechen in den nächsten Zwischenraum ein und arbeiten erst drei ganze Stäbchen, dann zwei Luftmaschen und wieder drei ganze Stäbchen. Immer in diesen Zwischenraum dann. Und wenn wir die Sache beenden wollen, also die letzten drei Stäbchen gearbeitet haben, kommen zwei Luftmaschen und wir stechen in die dritte der Luftmaschen ein, die wir am Anfang als Ersatz für das erste Stäbchen gearbeitet haben. Ziehen den Faden lang und schnälen ihn dann ab. Auch diesen Faden ziehen wir uns dann wieder nach hinten weg, sodass wir ihn entweder gleich oder später vernähen können. Die zweite Runde ist nun geschafft. Für die dritte Runde habe ich mich für einen Bordeauxfarbenen Faden entschieden. Wir gehen nun in einen der großen Zwischenräume, holen uns wieder den Faden, also bilden eine kleine Lasche und arbeiten drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Den Anfangsfaden legen wir uns wieder links auf die Seite, überschlagen und arbeiten zunächst erstmal wieder drei ganze Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen und wieder drei ganze Stäbchen in diesen Zwischenraum. Und dadurch, dass wir uns den Anfangsfaden auf die linke Seite gelegt haben, wird dieser gleich mit eingehäkelt und muss theoretisch später nicht mehr vernäht werden. Man braucht ihn dann einfach nur abzuschneiden, denn er ist ja schon vernäht, indem wir ihn eingehäkelt haben. Nun werden wieder zwei Luftmaschen gearbeitet. Wir gehen in den nächsten Zwischenraum, überschlagen und arbeiten einmal drei ganze Stäbchen. Es folgen zwei Luftmaschen. Wir gehen in den nächsten Zwischenraum und arbeiten hier zweimal drei Stäbchen. Immer mit dem Luftmaschen als Abstandshalter, sage ich jetzt mal so. Eins und zwei und wieder drei ganze Stäbchen. Dann folgen wieder zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Und wir gehen in den nächsten Zwischenraum und arbeiten nur einmal drei ganze Stäbchen. Dann folgen wieder zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Und wir gehen in den nächsten Zwischenraum. Und dort werden wieder drei ganze Stäbchen gearbeitet. Zwei Luftmaschen und weitere drei Stäbchen. Eins und zwei. Und wir stechen wieder ein, arbeiten drei ganze Stäbchen. Es folgen zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Und wir gehen in den nächsten Zwischenraum. Und arbeiten dort drei ganze Stäbchen. Nun kommt zum Abschluss nochmal zwei Luftmaschen. Und wir gehen hier in die dritte der Luftmaschen, stechen ein und arbeiten dann eine Kettmasche. Nun wird der Faden ja langgezogen. Wir können abschneiden, den Faden nach hinten wegziehen und vernähen. Und somit ist schon das Kleidchen fertig und nun können wir mit den Armen und Beinen fortfahren. Jetzt wollen wir Arme und Beine an das Kleid anhäkeln. Wir brauchen ja die Arme hier oben und arbeiten diese in diese Lücken hinein und die Beine hier unten in die zwei Lücken. Das heißt, die Spitze des Dreiecks zeigt nach oben, denn hier wird später der Kopf angebracht. Wir stechen hier ein, bilden eine Lasche, nehmen den Faden doppelt, ziehen ihn uns hindurch und nehmen auch beide Fäden, um diese durch die Lasche zu ziehen. Das gibt der ganzen Sache ein bisschen mehr Stabilität. So, dann überschlagen wir diesmal nicht den Faden, sondern arbeiten ganz normal sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Lassen dann den Faden hier oben ein wenig lockerer, überschlagen den Faden, übergehen diese Masche und gehen in die zweite, stechen ein, holen uns den Faden und arbeiten ein halbes Stäbchen. Überschlagen wieder den Faden, gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden und arbeiten wieder ein halbes Stäbchen. Und so arbeiten wir uns an dieser Luftmaschenkette entlang bis zur vorletzten Masche. So, und zwar hier hinein. Und dann ist hier quasi unsere Anfangslasche. Diese häkeln wir nicht ab, sondern lassen diese aus, stechen in den Zwischenraum, passen auf, dass der Anfangsfaden auch hier mit involviert ist, holen uns den Faden und arbeiten eine Kettmasche. Ziehen dann den Faden lang, schneiden ihn ab und haben dann schon unseren ersten Arm gearbeitet. Diesen Faden hier holen wir uns einfach nach hinten weg, drehen die Arbeit dann um, verknoten diese zwei Fäden und zwar doppelt und können dann den Faden abschneiden. Und so ist unser erstes Ärmchen schon mal fertig. Genau nach dem selben Prinzip wird nun der zweite Arm gearbeitet, gegenüber des ersten Armes. Hier vorne, die Spitze bleibt ja frei, denn da kommt der Kopf hin. Hier stechen wir ein, holen uns den Faden, bilden eine Lasche, nehmen dann den Faden doppelt, ziehen ihn durch die Lasche, nehmen dann den Anfangsfaden auf die linke Seite und arbeiten auch hier sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Lassen hier die Lasche wieder etwas lockerer, überschlagen den Faden, überspringen eine Masche, gehen in die zweite Masche hinein, holen uns den Faden und arbeiten ein halbes Stäbchen und wieder einfach an den Luftmaschen entlang, bis wir zur vorletzten Masche gelangt sind. So. Und noch einmal. Und dann brauchen wir nur noch einstechen, uns den Faden holen und eine Kettmasche arbeiten. Und schwupp, ist der zweite Arm fertig. Nun sind die Beine an der Reihe. Wenn wir nun das Dreieck vor uns liegen haben, hier oben der Kopf, hier die Arme, kommen hier unten in die Lücken die Beine. Hier gehe ich nach dem selben Prinzip vor. Ich steche ein, hole mir dann eine Lasche hindurch, nehme den Faden doppelt, ziehe ihn hindurch, durch die Lasche, lege den Anfangsfaden wieder auf die linke Seite und arbeite diesmal sieben Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wieder ein wenig lockerer lassen hier oben. Die folgende Masche überspringen, in die zweite gehen, einstechen, einstechen, Faden holen und als halbes Stäbchen abhekeln. Und das bis zum Ende der Reihe. Und diesmal wird auch die Anfangslasche mit abgehäkelt. Denn das Bein soll ja ein wenig länger sein als die Arme und dafür benötigen wir noch die eine Masche, die wir dort haben. Und dann kommt die Anfangslasche, auch in diese stechen wir ein, holen uns den Faden, ein halbes Stäbchen und dann schlüpfen wir wieder hier in den Zwischenraum, der Anfangsfaden am besten nach links und mit eingehäkelt und holen uns dann den Faden, um eine Kettmasche zu arbeiten. Jetzt bin ich hier ein wenig rausgerutscht. So, dann können wir den Faden langziehen und schneiden ihn ab und haben dann das erste Beinchen fertig. Manchmal kreuselt sich das noch so ein bisschen hier oben ein, das braucht man dann einfach bloß ein bisschen glatt ziehen und dann ist das vollkommen in Ordnung. Hier ziehe ich den Faden einmal hier hindurch und bilde dann wieder zwei Knötchen, sodass die Sache hält. Wer mag, kann das gerne noch vernähen. Bei mir hängt es am Fenster oder am Osterstrauch oder Strauß, da ist es nicht so in Beanspruchung, von daher brauche ich da nicht sicherheitshalber noch vernähen, denn das hält auch so. Und nun fehlt noch das zweite Bein und dann haben wir das auch schon geschafft. Wir stechen ein, holen uns den Faden, bilden eine Lasche, nehmen den Faden doppelt, holen ihn durch die Lasche, lassen wieder den Anfangsfaden nach links zur Seite gehen und arbeiten sieben Luftmaschen. Also, wir haben ja hier schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Lassen etwas locker, überschlagen den Faden, überspringen die nächste, gehen in die zweite und arbeiten ein halbes Stäbchen. und das wieder, so wie beim ersten Bein, lang hin. Bis wir am Ende angekommen sind, bei unserer Anfangslasche und auch dort arbeiten wir ein halbes Stäbchen hinein, sodass das Bein auch lang genug ist und gut aussieht. So, das ist bei mir hier die vorletzte und einmal noch die Anfangslasche. Zack! Und dann legen wir den Faden, ziehen ein bisschen straff, legen den Faden wieder auf die Seite, holen uns den Faden und arbeiten eine Kettmasche. So ist dann der Körper, beziehungsweise das Kleidchen mit den Armen und Beinen fertiggestellt und wir können den Kopf annähen. Dafür hole ich mir erst mal die Fäden, die ich habe, die vom Ohr einmal herunter zur Mitte indem ich sie einfach ein paar Mal hier hindurch fädle. Das ist immer ganz gut, wenn der Faden auch lang genug ist, damit man ihn dann auch adäquat nutzen kann. Ich glaube, bei mir ist er hier ein bisschen sehr kurz geraten, um ihn dann vernähen zu können, aber wir werden schauen, das wird schon klappen. So, dann ziehen wir uns beide Fäden von hinten nach vorne durch. Zack. Und von hier vorne nach unten in die Mitte und zwar nach hinten weg. So sieht das dann aus. Das ist dann gar nicht mehr zu erkennen im Nachhinein. Und die zwei Fäden nutzen wir jetzt um das Kleid und den Kopf zu verbinden. Und zwar legen wir das Kleid hier mit der Spitze auf und können dann diese zwei Fäden hier entlang der Kleidspitze vernähen beziehungsweise verhäkeln. ich nehme dafür einfach die Häkelnadel steche in den Kopf von hinten ein gehe hier in die erste Masche hole mir den Faden nach vorne hindurch da ist der und wenn ich ihn mir nach vorne geholt habe dann kann ich ihn wieder nach hinten ziehen und mit dem restlichen Faden hier verhäkeln. Da steche ich einfach ein gehe nach vorne hinweg und hole mir den Faden nach hinten. So das ist schon mal die eine Seite und genauso mache ich das auf der anderen Seite. Stehe hier vorne ein gehe durch die erste Masche vom Kleid hole mir das nach vorne ein bisschen festziehen nicht zu fest sonst verzieht sich der Kopf und dann noch einmal und zwar hier entlang. so und dann verbinde ich einfach die zwei Fäden und verknote diese erst etwas sanfter und den zweiten Knoten dann etwas straffer. Bei mir löst sich hier der Faden auf. Das ist immer der Nachteil bei Acryl. So und zack und den Rest schneide ich dann ab. Ja und fertig ist das kleine Häschen. Wenn man mag kann man natürlich das Kleid noch mal häkeln genau in derselben Farbkombination und dies dann von hinten anhegeln einfach mit einer Zier Abkettung und dann ist das Häschen auch von hinten hübsch. Und wer mag kann dann noch mit solch Sicherheits Nasen die Sache etwas verfeinern. Und hier noch zwei Sicherheits Augen Diese verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung dort habe ich sie mir gekauft und das funktioniert ganz gut. so oder du nähst dem Hasen einfach ein hübsches Gesicht. Das geht natürlich auch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern ein Like da und besonders freuen würde ich mich, wenn du dir auch meine anderen Häkelvideos anguckst und natürlich ein Abo dalässt, damit du auch immer erfährst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Deine Nadine